Jojojo Leute was geht ab? Euer Harz Fader hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein neues Video, kaum zu glauben, aber wahr. Und zwar werden wir heute diese wunderschöne Kawasaki Z650 Kubik fahren. Ich bin mal gespannt, ich bin echt gespannt. Optisch sieht die echt geil aus, muss man mal so sagen. Was ich mega geil finde ist, dass es schon schwarz ist und dann mit diesen, ja ich sag mal neon gelben Akzenten, was ich wiederum ein bisschen schade finde, muss ich ehrlich mal sagen, ist einfach, dass der Rahmen, meiner Meinung nach hätte der Rahmen auch in diesen neon gelbs sein müssen, denn dann würde das so brutal einfach aussehen. Was mir halt auch noch sehr sehr gut gefällt ist halt auch, dass hier wieder der ganze Motorblock alles wieder richtig schön in schwarz ist. Dadurch ist das Gesamtbild einfach richtig schön, dass halt alles schön, ja schwarz ist und dann kommt dieses neon gelb und das grün halt richtig zum rausstechen und ich finde das macht das Bike schon von Anfang an besonders. Ja vorne haben wir natürlich auch LED Licht wieder verbaut. So ansonsten finde ich das mit dem Auspuff auch wieder richtig schön hier. Das sieht richtig schön clean aus, einfach die Schwinge. Sehr nice, auch schön in schwarz. Das finde ich sowieso allgemein richtig gut, dass da halt wirklich alles schön in schwarz gehalten wurde. So ich würde jetzt mal sagen, wir setzen uns aufs Bike und fahren mal eine Runde. Das ist auch gleichzeitig das letzte Video von unserem Cover-Wochenende, weil wir fahren jetzt nämlich wieder Richtung Friedrichsdorf zu Kawasaki und dann geht es wieder heime. Aber ich muss einfach mal wieder sagen, war ein mega geiles Wochenende. Tausend Dank an Kawasaki, die sowas ermöglichen. Ansonsten würde man gar nicht dazu kommen, in so kurzer Zeit so viele Motorräder Probe zu fahren und nicht nur zehn Minuten, sondern wirklich ein paar Stunden so ein Motorrad mal zu fahren, damit man halt einen besseren Gesamteindruck einfach kriegt. Und das ist auf jeden Fall cool, deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Die Z900 sieht auch halt richtig geil aus. Ich finde, Rita ist eine Kombi, passt dazu richtig gut einfach. Sieht schon sehr, sehr, sehr nice aus. Aber jetzt mein Fazit zum ganzen Wochenende. Ich muss ehrlich sagen, am meisten hat mir wirklich die ZH2 gefallen. Ich weiß nicht, das Bike ist einfach so besonders. Und in der Zeit, wo ich mit der ZH2 gefahren bin, ich hatte so viel Spaß. Und es ist einfach so ein geiles Bike. Also wie gesagt, wenn ihr die Chance dazu mal habt, fahrt die unbedingt Probe. So ein Bike muss man einfach mal Probe gefahren sein. So. Ja, wir fahren ja gerade hier die Straße hoch zum Engländer. Viele, die aus der Gegend kommen, die kennen ja den Spot. Das ist ja so ein ganz bekannter Motorrad-Sport hier in der Gegend. Leider haben wir dieses Jahr kein Abo-Treffen da gemacht. Wir haben sonst die ganzen Jahre da immer am Samstag ein Abo-Treffen gemacht. Dies Jahr fällt das leider aus, wegen Corona. Ich denke, das können die meisten verstehen. Es ist schlichtweg einfach nicht möglich, ein Abo-Treffen zu machen. Aber ich denke mal, wir werden nächstes Jahr wieder so eine Tour machen und dann natürlich wieder mit Abo-Treffen. Das finde ich halt auch ein bisschen schade dieses Jahr, dass das echt, ja, dass das mit den ganzen Corona kam. Weil so Abo-Treffen ist halt immer cool. Und gerade haben ja auch viele immer nachgefragt. Jung, macht er dieses Jahr wieder hier am Engländer Abo-Treffen? Ja, dies Jahr musste man leider sagen, nee, wird nichts. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch einen schönen LCD-Tacho verbaut. Finde ich mega geil. Weil auch hier an der Z650 kann man sein Handy mit dem Motorrad verbinden. Ja, leider bin ich dieses Wochenende nicht einmal dazu gekommen, das mal zu verbinden. Ja, hier stehen sie. Schön am Lasern. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr finde ich jetzt das mit den Kontrollen schon extrem einfach. Also mir ist das auch im Harz aufgefallen, dass dieses Jahr schon extrem viele Kontrollen einfach waren. Auch hier jetzt das ganze Wochenende, wo wir hier unterwegs waren, das ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Kontrolle, die wir gesehen haben. Also die sind jetzt in letzter Zeit echt massiv am Kontrollieren. Und ich weiß nicht, ob die Polizei aktuell durch Corona nicht so viel zu tun hat und sich denkt, dann blitzen wir halt ein bisschen mehr. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich finde, es ist schon auffällig, dass sie dieses Jahr schon massiv mehr unterwegs sind als sonst normal. Ja, wir fahren ja gerade recht chillig. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt so der erste Eindruck von der Z650, ich finde, die lässt sich echt gut fahren. Auch mit meiner Größe habe ich eigentlich, ja, jetzt richtige Probleme habe ich damit jetzt nicht von der Sitzhöhe her. Aber ich sage, auch hier ist es grenzwertig, wie bei der Ninja Z650. Das ist echt grenzwertig hier. Aber ich sitze noch recht bequem. Also beschweren kann ich mich jetzt nicht. Ich bin auch halt 1,92 groß. Ich bin jetzt halt kein kleiner Mensch. Was mir noch ein bisschen besser gefallen würde, wäre, glaube ich, ein breiterer Lenker. Ich finde den Lenker echt ein bisschen zu schmal, muss ich sagen. Wenn ich jetzt mal hier so, ja, meiner Meinung nach, aber ich denke, es liegt auch an meiner Größe, aber ich finde, hier müsste ein bisschen breiterer Lenker drauf. Da würde ich mich, glaube ich, ein bisschen wohler fühlen, wenn der Lenker ein bisschen breiter wäre. Weil die Arme sind so förmlich so eingeknickt bei mir. Dadurch ist meine Position halt ein bisschen, ja, ich sage mal eingeschränkt. Also, ja, aber das kann man ja, wenn man sich so ein Bike holt, kann man das ja im Nachhinein ohne Probleme ändern, einfach einen anderen Lenker drauf zu machen. Zumindest bei den meisten Bikes ist sowas kein Problem, sowas abzuändern und eintragen zu lassen. Daher sowieso, glaube ich, allgemein bei Naked Bikes viele den Lenker wechseln. Ich muss dieses Jahr auf jeden Fall hier nochmal in die Ecke her, weil ich finde die Landschaft einfach so schön hier unten mit den ganzen Borgen und Schlössern. Einfach genial. Ja, ich liebe ja sowas. Und auch der Baustil hier unten, einfach genial. Aber nächstes Mal, wenn ich hier runterkomme, muss ich, glaube ich, mal meinen Metalldetektor mitnehmen und den mal hier ein bisschen, ja, mal ein bisschen durch die Wälder schwingen. Hier kann man bestimmt ein paar geile Sachen finden. Vielleicht gibt es ja irgendeinen, der hier aus der Nähe kommt und sondert. Ich kann mal berichten, wie hier so die Fundrate ist. Die Strecke hier hoch zum Engländer, das ist halt auch eine mega geile Strecke. Also allgemein streckentechnisch hier unten, hier gibt es so geile Strecken, hier macht es richtig Spaß zu fahren. Also für alle, die auch mal Motorradurlaub machen wollen, hier unten kann ich es euch echt nur empfehlen. Super Strecken, die Landschaft ist ultra schön. Und falls ihr dann noch ein Hotel sucht, kann ich euch das Hotel Schloss Weiberhöfe in Weiberhöfe, ich glaube in Weiberhöfe ist das, empfehlen. Das Hotel ist echt ein schönes Hotel, gerade wer so auf so alte Gebäude steht. Aber alles top saniert, Wahnsinn einfach das Hotel. Also wenn ich dieses Jahr hier nochmal runterkomme, ich bin echt am überlegen, ich habe ja im Juni eigentlich Urlaub, weil ich da eigentlich zum Erzberg wollte. Erzberg wurde ja abgesagt. Und jetzt bin ich aktuell am überlegen, ob ich eventuell da die Tage mal wirklich hier zwei, drei Tage hier mal runterfahre. Mit Eike. Und mal ein bisschen Urlaub hier mache. Und dann würde ich natürlich auch wieder in das gleiche Hotel gehen, weil ich finde das einfach echt genial. Also ich finde gerade, wenn man mit der Kurvenstrecken fährt, jetzt so eine schöne Landstraße mit ein paar Kurven drin, ich finde die ist echt mega handlich einfach das Motor. Das muss man einfach sagen, die ist schön leicht und einfach handlich. Und in die Kurven echt lässt sich wunderbar damit fahren. Wir können ja mal ein bisschen Abstand halten und dann können wir ja gleich mal wirklich mal den Durchzug von 40 jetzt, jetzt gebe ich mal Vollgas. Also die marschiert auch schon echt gut nach vorne, kann man sagen, was man will. Power ist da. Ich finde soundtechnisch, im Stand hört sie sich nicht so gut an, finde ich. Aber wenn man damit fährt und dann halt wirklich den Hahn mal aufreißt, dann hört sie sich schon echt gut an, finde ich. Das war mal so ein richtiger Power-Lockenkopf. Ich finde immer, ab 150 kmh plus wird so ein Naked-Bike immer unbequem. Das ist meine persönliche Meinung, weil man einfach extrem zu kämpfen hat mit dem Wind. Und das ist dann halt für mich kein entspanntes Fahren mehr. Klar, fährt sich noch schneller. Ich glaube, die fährt auch um die 200, so wie die Ninja 650. Aber das ist halt, das kann man mal kurz machen, aber nicht auf Dauer so fahren, weil das macht absolut keinen Spaß. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat zur Kawasaki Z650, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal, bis ihr denn, ciao, ciao und tschüss.